Wenn ich mich nicht täusche, habe ich mich gestern schon, oder? Nee, ist doch ein Er. Entschuldigung. Hat er den dritten Platz in Saarruhe erfahren in diesem Jahr beim CAE 3 Sterne? Jetzt seid ihr schön gespannt. Leider auch schon vorn belastet mit einem Bällchen aus Hinterlicks 2. Ansonsten immer in den Top 10 mit seinen Platzierungen vor Hindernis. Und hier hat er 63,73 Sekunden, auch hier Rang 6 im Hindernis 6. Und Jean-Charles Davos aus Bayern. Hier ist auch Frau Jean-Charles Davos aus Obstacle 6, 63,73 Sekunden. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Véron de Chate aus Belgien kommt auch schon zu uns. 38 Jahre alt. Auch schon viele Jahre im Fahrsport unterwegs. 2017 war er schon in Winden dabei. Dort einen 16. Platz in der Einzelwertung. Und in diesem Jahr in Dornen-Rang 8. Und in der Azi-Charles producto! Okay, wie soll das aufgeben! So dass der surrenderte kind und dann diese longingllote Cali kommt drauf? Was machst du mit dem Sonnenimm port? Wie soll's sp Rainbown Wie soll erbald was verschil und einige was vor zwei datか.